Guten Morgen meine Damen und Herren, und willkommen bei Ford auf der E-Art 2019. Dies ist eine aufregende und inspirierende Zeit für uns alle. Wir blicken in eine Zukunft, die intelligenter, verkehrsherzlaster und sauberer ist. Die elektrische Revolution ist im vollen Gang. Und wir bei Ford für neue Technologien an, um bei kommenden Zufall den Fahrzeugen CO2-Visionen zu reduzieren und sowohl Treibstoff als auch Geld zu sparen. Wir bei Ford finden, dass der Besitz eines elektrifizierten Fahrzeuges nicht bedeuten sollte, dass sie in ihrer Mobilitätsfreiheit beeinträchtigt werden oder weniger Spaß beim Fahren haben. Also haben wir nicht nur das Auto elektrifiziert, wir elektrifizieren das ganze Fahrerlebnis und machen es noch abgenehmer mit echter Leistung und großartigem Handling, wie man es von einem Ford erwartet. Wir glauben fest daran, dass die Zeitreise ist für Co-Electric. Aus diesem Grund werden wir eine erschwingliche elektrifizierte Option für jedes Ford-Fahrzeug anbieten. Von Fiesta bis zum Transit und vom Multibrid bis zum Vollhybrid und Plug-in-Hybrid bis hin zum vollelektrischen Fahrzeugen. Unser Portfolio wird eines der breitesten elektrifizierten Fahrzeugportfolios auf dem Markt sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017